In diesem Video betrachten wir die fünf besten Gaming-Monitore auf dem Markt und vergleichen Preis und Leistung. Dabei werden wir sowohl günstige Gaming-Monitore betrachten, als auch die besten Gaming-Bildschirme, so dass ihr sicher sein könnt, dass für euch etwas dabei ist. Wenn ihr also herausfinden wollt, welcher Gaming-Monitor für euch am besten geeignet ist, ist dieses Video das Richtige für euch. Fangen wir an mit dem Einsteigermodell von Iyama, dem Iyama G-Master Blackhawk für ca. 130 Euro. Hierbei handelt es sich um einen günstigen, aber dennoch guten Einsteiger-Gaming-Monitor für Spieler. Eine Größe von 24,5 Zoll und eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bei 75 Hz gehören zu den technischen Ausstattungen. Weiterhin verfügt der Gaming-Monitor von Iyama über AMD FreeSync-Technologie für eine flüssige und artefaktfreie Performance. Als Anschlüsse stehen HDMI, DisplayPort und VGA zur Verfügung. Optisch überzeugt vor allem der schlanke Rahmen, auch wenn das Bild nicht die gesamte Fläche ausfüllt. Links, rechts und oben ist ein zusätzlicher Rand von etwa 4 mm vorhanden, was allerdings nicht unüblich ist. In dieser Preisklasse müsst ihr auf praktische Extras in Sachen Ergonomie verzichten. Auf der Haben-Seite steht dafür ein flottes TN-Panel mit 75 Hz. Das macht sich in Spielen mit entsprechend hohen FBF-Zahlen zwar nicht so stark durch ein direktes Eingabegefühl bemerkbar, wie bei Modellen mit 100 Hz oder mehr, der Unterschied zu 60 Hz ist aber durchaus spürbar. Um jetzt den günstigsten Preis zu erhalten, folgt einfach dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Wenn ihr allerdings mehr Interesse an einem Curved Monitor habt, können wir euch ein 27 Zoll Modell von Samsung für einen ähnlichen Preis von ca. 150 Euro empfehlen. Der Samsung C27F396F hat 27 Zoll, 4 Millisekunden Reaktionszeit und eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Als Anschlüsse erhaltet ihr HDMI, DisplayPort sowie einen Kopfhöreranschluss. Allerdings erhaltet ihr hier nur eine Bildwiederholungsrate von 60 Hz. Positiv ist hier vor allem das sehr schlanke und schicke Design. Wenn ihr für wenig Geld einen optisch schönen Curved Monitor mit guter Bildqualität haben wollt, seid ihr hier richtig. Wenn es euch allerdings um schnelle Reaktionszeit für Ego-Shooter-Games geht, solltet ihr euch eine Alternative suchen. Eine gute Alternative für Gamer, die eine schnelle Reaktionszeit haben wollen, ist z.B. der BenQ GL2780. Für ca. 160 Euro erhaltet ihr einen Gaming-Monitor mit richtig guter Leistung. Der Bildschirm verfügt über eine Größe von 27 Zoll mit Full HD und eine Auflösung von 1920 x 1080. Weiterhin verfügt der Gaming-Monitor über eine Millisekunde Reaktionszeit und einer 75 Hz Technologie. Darüber hinaus ist eine EyeCare-Technologie verbaut, die zusammen mit der Low Blue Light Technologie ein stundenlanges Zocken ohne trockene Augen oder Kopfschmerzen kann. Für diejenigen von euch, die viel Wert auf eine schnelle Reaktionszeit legen und einen möglichst geringen Input-Lag haben wollen, haben wir noch zwei weitere Monitore mit 144 Hz. Zunächst den ViewSonic XG2402 Gaming-Monitor mit Full HD und TN-Panel für ca. 290 Euro. Mit diesem 24 Zoll großen 144 Hz Monitor habt ihr einen starken Bildschirm auf eurer Seite. Denn wenn ihr schnelle Ego-Shooter-Spiele spielt, ist ein geringer Input-Lag unverzichtbar. Weiterhin verfügt der ViewSonic Gaming-Bildschirm über AMD FreeSync-Technologie für ruckelfreies Gaming. Positiv fällt auch das ergonomische Design auf mit einem Dreh-, Neig- und Höhenverstellbaren Standfuß inklusive Kopfhörerhalterung und Kabelführung. Ein starker Gaming-Monitor mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Als Alternative haben wir noch einen deutlich größeren 34 Zoll Gaming-Monitor von LG für ca. 450 Euro. Hier erhaltet ihr ebenfalls 144 Hz und eine Millisekunde Reaktionszeit. Allerdings bekommt ihr das Ganze auf einer 34 Zoll Größe im Curved 21 zu 9 Ultra-Wide Design. Wenn ihr also auf der Suche nach dem ultimativen Gaming-Erlebnis seid, könnte dieser Monitor der richtige für euch sein. Alle Links zu den Produkten findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal.